Und dafür halte ich dir den Rücken frei. Ich bin Mütterchen Russland. Angriffsphase beginnt in 30 Sekunden. Irgendwo ist jemand 2 von Mittag. Was schreibt der Hacker da? Dennis, wann kommst du hustlen? Will den Hustensaft los wägen. Was? Du meinst hier, was macht ihr? Codeine Party, oder? Es sind Rhinos. Ich denke, sie spielen von der Highgrund. Alright. Und? Eine Pharah. Ich bin vorbei. Und der macht dich ganz schön schnell down. Aber... ...ja... Ja, wenn er trifft. Geh mich so allein! Ah, ich hatte ihn fast! Ok, Recruit, Guys! Wo ist er? Wo kriegen wir so'n Damage? Der Soldat, glaube ich. Hä? Durch den Schild? Ach, der hat kurz nen Schild hochgemacht. Der Hog is above you. Hog is above you, watch out. Scheiße. Was? Tot? Ah, ich hab noch Damage von Wanders bekommen. Ach, Mann! Recruit. Du hast den HIGH-GROUND erst, gehen rechts, Guys. Du hast den HIGH-GROUND erst. Okay. Ah, ich hab noch einen HIGH-GROUND. Ah, dammit, Nog! Ah, eine Stär-Belle! Ja, ich hab noch einen HIGH-GROUND. Nein! Ach, Mann! Okay. Okay, wir haben eine MAD-Advantage, wenn wir respawnen. Geh zusammen! Nicht die Spawn! Was? Okay, ich wusste nicht, dass aktuell keiner mehr lebt. Jetzt ungefähr schon... 5 Minuten eine Oldie. Ich würde gerne mal... Ja, ich auch. Nein, Ulden! Scheiß nochmal auf den Rainer da! Komm! Können wir ihn jetzt mal töten hier? Gut! Nein! Nein! Hab den Soldier! Nice, Leute! Nice! 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 Three people on the pillow! Die Fracht bewegt sich! Nein! Komm zurück! Ök! Farrah above! Nice! 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 Die geht immer gut ab, ey! Ja! Nein! Nichts! Hat noch! Geil! Oh, ich krieg dich nicht! Doch! Oh, nice! Oh, einfach fixe mich nicht! Oh, einfach fixe mich nicht! Oh, einfach fixe mich nicht! Oh! Ah! Shit! Ja, brauchst du einen schönen Olden! Wisst ihr, der tot war? Ja, die Olden hätte schon sparen können ja... Hä, wo sind denn hin? Tot! Jetzt wollen wir heilen! Wo sind denn hier? Nice! Nice Ah Gott, ich traf sie einfach nicht Die Ulti ist gleich bestimmt in der Ort Die Mercy will nicht sterben Nein Wenn die Mercy sterben würde Ich versuche mich nicht Verrücken und beeilen Wir müssen hier auch ein Highgrund bekommen, sie flanken uns auch Ach, der ist nur noch ein Brauthock still Keine Ahm, der ist ein 9-10 Ich habe ihn aber sterbe selber hier Ah, ich krieg dich nicht Ah, dankeschön Alter, wir sind weiter weg Warte, warte Doch, ne, ist gleich da Let's get the Mercy first, please Bitte pass, eh Dave Nein Hauke, 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 hauke Hauke, hauke, hauke Ach scheiße, warum ist denn deine Pharah nicht drin? Nein Ach, das war dumm Ich wusste, ich wusste Das war klar Ich recrute, Leute Regrouping, get the Highgrund We really need to get the Highgrund They're flanking us from the water Ja, das hat er gut erkannt Komm schon, sammeln euch bei mir Ich habe verstanden Ah, du hast mich geschubst Was? Absurd Ja, deswegen wünsche ich dir die Wand gefahren Nein Ach, scheiße Hauke ist noch da Ja So, jetzt Ja, wir werden zuerst gehen Let's go Oh, oder ulted Ab Nice job Abfilter uns Okay, okay, okay Ich verstehe, das ist schön Monkeys Monkeys New Monkeys Oh man Down Down Nope Weiter geht's nicht für uns Okay, one lost try Let's go as a group High ground again, guys High ground again We used a lot of ultimates Nein Yeah, we need to go without a group Okay, ich go Braudock Nice Da ist die Mercy Kill der Mercy Nix da jetzt so pissig Da ist doch fast da Oh Oh Ah Braudock behind Hauen zu Klump Alter Der stimmt doch einfach nicht, oder? Was hält der denn aus? Sag mal, ey Wie der Huland flirnt zu vollen Wie der Huland flirnt zu vollen Da hat vier Leute weghellen sollen Nein Hä, warum bist du aus dem Voice Chat raus? So, nochmal Okay, steht das nur bei dir Okay Okay Sure What war are you playing? Anna? Ja Ah, second healer would be nice Ah, second healer would be nice Vielleicht Ja, ja Ja, ja As long as desinierter fokussende healing jetzt Should be fine I'll do my best Das wahre selbst Ist ohne Form Denkt an euer Training Und wir sollten keine Probleme bekommen Wir haben kein Burst hier Ist doch Anna Genau wie wir es trainiert haben Anvisieren Unfeuer Wir werden unsere Mission Don't fall back too late now guys Wachs 4 3 2 1 1 2 2 4 5 5 5 4 Nein! Ah voll! Egal der ist down! Pfff! Huah! Alter dieser ist old ja? Komm zurück! F-Zight soll ich auf! 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 Das war nett. Räde eins mit die Universum. Sektor High Ground. Nee, nix High Ground. Ja, ein Teil zumindest. Heilung, aktiv. Heilung, gesicht. Ja, das war wohl nicht mein Freund. Was? Nein! Nice. Nein, stammt. First to kill. Mein Job. Nice, nice, nice. Nein, das ist so geil. So weit war's. Pass auf, da ist ein Farad. Alter, nein, 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 nein. Oh, wieso? Nein, das ist so geil. So weit war's. Da haben wir unsere Farads ausgeglichen. Was? Mal sind was, da haben wir unsere Farad. Er hat einen Ultimaten. Ich glaube, er hat die Leute begonnen. Also, fass mich auf das. Fass mich auf, was machen wir es nicht. Fass mich auf, dass ich ihn auch Rechts. Oh, Rordog von rechts. Ja, nice. Rordog von rechts noch. Okay. Nice, good job. Nice. Komm, lass grad auch mal. Nein, 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 nein. Natürlich. Nix jetzt hier, äh... Ey, die wollen jetzt so schnell wie möglich an Palo. Ja, deswegen. Schön zusammenbleiben. Das werden wir ja wohl verhindern. Farah ist noch da, der kann auch ulten. Nicht mehr. Ja, ja. Es rennt aber auch schön jeder einzelne rein von denen. Ja, die müssen ja. Overtime. Wow. Bam, Goldkills, Alter. Und on fire. Wie viel hast du? 38. Ah, ich hab 35. Hab Silber. Oh, mit dem würde ich grad nochmal spielen. Highlights des Matches. Sofort wieder da. Yo. Ich bin zu Feuer frei. Schön ist die heilige Ruhe. Hier kommt die Tür. Hehehe. Ach, das geht gar nicht. Na, okay. Hä, also wenn wir schon in der Gruppe sind, können wir nicht mit anderen Einzelpersonen zusammen spielen? Weiterhin? Äh, doch, aber der Lieder, also Ari kann das nur bestimmen. Ah, okay. Ja gut, dass er vorgegangen ist. Hehehe. Yay. Neues Career.